Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Sledge-Folge, so rum. Ich habe vom lieben Stefan den neuesten aktuellen Pampa geschickt bekommen für den Sledge und den werden wir heute anbauen. Natürlich Sticker mit dabei. Zwei mal POS, ein mal M3. Die mache ich auch direkt drauf und sogar beide hier mit so diesem Glitzer-Rainbow-Effekt. Mega geil passend zu dem S-Parts. Sehr schön. Also ich würde sagen, das überlege ich mir. Ende vom Video. Wo wir die drauf machen. Das hier ist, der hier ist so aus der Packung raus original. Bis auf die Partei, die wir dran geschraubt haben. Den habe ich noch nicht zerlegt. Das ist der, der über den See gegangen ist. Auf dem Becher treffen. Hier hinten sind auch der, den ich auch zum 6x6 umbauen will. Aber das ist auch noch ein bisschen mehr soweit. Von daher kann man erstmal mit dem quasi arbeiten. So, als aller erstes würde ich sagen umdrehen. Hier gehen Grüße an lieben Herr Da Silva raus, der hier das 15er Zahnrad eingebaut hat. Ich glaube, die Schraube war es nicht genug angezogen. Ich hatte nämlich im Himmelsee absolut keinen Bock zu schrauben und da denke ich gerade sowieso bei seinem dran war, Ritzel zu wechseln. Da habe ich gesagt, einmal bitte 15er Ritzel drauf und dann sind wir da mit Paddelreifen über den See gefahren. So, original Frontbomper ist ab und das Ganze wird hier durch einen CNC gefräßten Block ersetzt. Hier sieht man nochmal, ich komme ein bisschen näher. Aber ganz klar die Qualität, die hier an Tag gelegt wird. Da gibt es keine Ecke, keine Kante, die irgendwie nicht sauber bearbeitet wäre oder so. Aber das ist mir ja gewohnt vom POS. Aber um den Block vorn dran schrauben zu können, müssen wir den einmal hiervon abschrauben. Hier hat er auch sehr schön dran gedacht, dass das auch ausgefräst ist, um die Höhe hier auch auszugleichen. Wunderbar, das ist Präzisionsarbeit. So, da klotz ist fest, aber bevor wir jetzt das festschrauben, ziehen wir gerade noch eine Skin drauf. Ich müsste noch eine übrig haben, wo ein kleiner Fehler drin ist. Mal gerade hier müssen die Kratzer noch wegmachen. So, aber in dem Fall mache ich hinten hier nur die kleine Skid-Blade ab. Da brauchen wir nicht den ganzen Bumper abzuschrauben, das wird sowieso wieder verdeckt. Okay. Okay. Yes. Okay. 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 Und hier wird. das hat sich gerade erledigt weil hier sind die motorlöcher mein bruder hatte die als ersatz gegen gemacht für innen und da ist natürlich alles komplett gespiegelt damit hat sich das gerade gut wenn ich den irgendwann mal zerlegt habe dann kann ich die wenigstens noch innen drauf kleben und wir montieren einfach so wie gedacht den bumper fertig erst mal hinten wieder zu haben das ist eine saubere sache so jetzt schauen wir mal wie das mit der karuserie passt beim sledge wird die karuserie von vorn aufgeschoben und hier die nase die ist verdammt lang das heißt wir werden hier sowieso probleme haben mit drauf zu kriegen jetzt schauen wir mal wie viele zemm fehlen auch erst recht hier mit dem bullfänger also ohne bullfänger müsstet ihr es gerade so drauf kriegen aber mit keine chance aber ich würde mal sagen die nase ist hier die ist so verdammt lang das geht ja bis hier hinten hin dass wir ruhig so anderthalb zentimeter von abschneiden können das tut dem nicht weh ja und dann ging das immer noch drauf und es bleibt trotzdem sicher drauf also ich glaube nicht dass sich da irgendwas tut wenn wir die bisschen kürzen testen wir jetzt einfach mal so Vielen Dank. Das Stück habe ich jetzt abgeschnitten. Jetzt geht das hier eigentlich ziemlich sauber dran vorbei. So. So. Sogar hier unten. Die Karosserie liegt jetzt leichter auf dem Bumper auf. Aber ich glaube das tut ihm ganz gut, dass das hier nicht einkriegen kann. Da müssen wir jetzt auch nichts an der Karosserie wegschneiden oder so. Das müsste so passen. Das ist natürlich die Kombination mit beiden jetzt nicht so ganz von Vorteil. Der hätte ein bisschen kleiner sein können. Aber wie gesagt, das ist schön geschenkend. Guck mal nicht ins Maul, gerade wenn die so geil aussehen. Das macht nichts, dass hier einmal der Bullfänger ein bisschen verdeckt wird. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an der Stelle an Stefan. Das ist glaube ich bei ihm im Shop schon verfügbar. Ich werde es verlinken. Wir haben leider im JS-Path-Shop noch keine Octai-Bumper, noch keine M-Line-Bumper, noch keine POS-Bumper. Ja, weil ich mir noch nicht ganz eins bin, was ich von wem reinnehme. Doppelstrebe, Einfachstrebe und so weiter. Ich schaue jetzt erstmal zu, dass die anderen Artikel alle fertig werden und dann in Ruhe entscheiden, welche Bumper wir in den Shop reinnehmen. Genau. Ah, Aufkleber. Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.